So, morgens zwischen 7 und 8 an der Wieso in Nürnberg, bin auf dem Weg zu meiner Veranstaltung. Heute habe ich was Spannendes mitgebracht. Und zwar wird jemand von der Datev da sein, wissen schon, Softwarebruder, Consulting-Unternehmen. 1,3 Milliarden Umsatz, über 8000 Mitarbeiter. Und heute geht es um Agilität in der Ausbildung. Ich habe den Ausbildungsleiter da, der erzählt etwas über Agilität in der Ausbildung. Und da die Studierenden ja etwas machen müssen, Richtung agile Arbeitsweisen, wird er dabei einen Schwerpunkt auf die Durchführung von Retros legen. So, gehen wir mal rein. So, ich habe das schon erläutert. Heute habe ich den Ritter mal hier. Ja, da ist der Ausbildungsleiter bei der Datev. Herr Ritter mal, Sie werden heute was erzählen über agile Ausbildung. Was versteht man denn darunter? Ja, da habe ich extra einen dreiviertelstündigen Vortrag vorbereitet. Von daher kann man es nicht so schnell erzählen. Aber im Wesentlichen, ja, ist es ein Rahmen, den wir uns geben in der Ausbildung, um, ja, eine iterative Art des Wissenserwerbs zu gestalten. Ja, im Team mit den Auszubildenden zusammen, das trifft es vielleicht am besten. Okay, und meine Studierenden, die müssen jetzt im Rahmen des Projekts Digital School Stories agil arbeiten, führen dort Retros durch. Was sind so die wichtigsten Dinge bei der Durchführung von Retros? Also ich glaube ja, dass die Retros das wichtigste Element in diesem agilen Framework sind, weil man da drauf guckt, wie man arbeitet. Das heißt, man korrigiert seine Arbeitsweise oder besser die Arbeitsweise des Teams selber, indem man darüber reflektiert. Und das ist, glaube ich, ein Schlüsselelement. Da gibt es ganz viele Methoden für. Und da sollte man sich auch wirklich Zeit nehmen. Das bringt einen weiter.